Ja, hier unten in der Infobox finden Sie die CanFM-Sendung über uns, über die nextscientistsforfuture.de, über die wir per Zufall gestolpert haben in Vorbereitung einer neuen Talkshow bei einem anderen Sender. Ja, wir als Parteienberater nextscientistsforfuture mit Wolfgang Wodag vor Corona-Ausschuss und da gibt es dann also ein, diese CanFM-Sendung hat das Ganze zusammengefasst, also bitte hier unten finden Sie und dann gibt es auch mittlerweile die Sendung Corona-Ausschuss 12, zweiter Teil mit mir gibt es als separate Sendung, also auch unten in der Infobox die Links anklicken, da finden Sie alles. Generell hier unten rechts an dem rundlichen Ding immer schneller drehen, 1,5 mindestens, weil man generell alles schneller schauen sollte. Ja, bitte nur die Basis wählen, ja richtig, auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, Wir haben in der Playlist 6 gibt es auch eine neue Sendung mit David Claudio Sieber, unsere Sendung sind ja immer offene Briefe, auch an ihn und so weiter. Ja, da sieht man, also es gibt ja im Moment zwei Stimmen. Herr Baum von die Basis Baden-Württemberg rechnet mit einer großen Prozentzahl und weit über 5 Prozent. Was man von den Umfragen, der hört, den normalen Umfragen, Wahlumfragen, da würde es darauf hinauslaufen, auf deutlich und weit unter 5 Prozent. Wir werden es sehen, ich fürchte, dass wir mit unseren 1,8 bis allerhöchstens 4,9 Prozent leider recht haben werden. Und ein Beispiel ist auch in der Sendung von Herrn Sieber in der Playlist 6 des besten Senders News und Talks, der auch über uns vieles berichtet oder fast alles berichtet. Da wird deutlich, dass Herr Sieber auch infiziert wurde von dem vorteilbringenden Irrtum der Sozialsparten, von der angeblichen Gleichheit aller Kinder. Ja, also das ist ja der größte Irrtum sozusagen im gesamten, ja, Deutschland ist nun mal der sozialstaatlichste Sozialstaat der Erde. Nicht umsonst flüchten alle nach Deutschland, weil es dort die großzügigsten Sozialleistungen überhaupt gibt. Und der größte vorteilbringende Irrtum der Sozialspartler, auch der Asyl- und Migrations- und sonstigen Parallelgesellschaft betreuenden Sozialsparten ist ja, es spielt überhaupt keine Rolle, woher die Menschen kommen, wer die Menschen sind, wer die Kinder kriegt und was, denn alle Kinder sind ja alle wahre Genies, wenn sie richtig gefördert werden. Also müssen wir nur die Förderung verbessern. Naturwissenschaftlich ist aber das Gegenteil bewiesen, dass eben nicht nur Augenfarbe, Haarfarbe, Körpergröße durch genetische Variation aktiv streuen, sondern die ganze Evolution, also die gesamte Evolutionsbiologie und das Naturgesetz von Mutation und Selektion, sind ja der hundertprozentig sichere Beweis dafür, dass das gesamte Geschehen auf der Erde, die gesamte Evolution ein aktiver Ungleichheitserzeuger ist und selbstverständlich erzeugt eben auch die Evolution aktiv und immer wieder neu. Die große Gehirne, die durchschnittlich auch eine größere Klugheit zur Folge haben und kleine Gehirne, die durchschnittlich auch eine kleinere Klugheit zur Folge haben. Also produziert immer aktiv Unterschiede. Wenn es diese Unterschiedsproduktion nicht geben würde, dann hätten wir immer noch, hätten die Menschen auch heute noch im Durchschnitt 500, also ein 500 Kubikzentimeter Gehirnvolumen, also eine 500 Kubik, ein Fiat 500 quasi als Motor im Kopf sozusagen, aber wir haben im Moment durchschnittlich 1,35 Liter Hubraum im Gehirn, ja, im Durchschnitt sozusagen, im Durchschnitt 1,35. Und es gibt eben auch Leute mit angeblich mit 2 Liter Hubraum Gehirnen und es gibt welche mit 900 Milliliter, also ca. 1 Liter Hubraum. Also sie merken es und das ist das Dilemma, dass also eine der wichtigsten Personen von die Basis quasi an die vorteilbringenden Irrtümer glaubt, der Sozialspatler, also damit ein Opfer dieser Märchenerzählungen geworden ist. Und dann ist es natürlich verständlich, dass man wahrscheinlich, Herr Sieber, gar kein Interesse hat, echte Naturwissenschaftler und echte Realisten als Experten, als einen von mehreren Experten bei die Basis überhaupt reinzuholen, aktiv. Bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ja. Dann hat Herr Sieber auch noch den anderen vorteilbringenden Irrtum im Kopf, der von vielen ausgebreitet wird, der, wo ich jetzt gar nicht genau jetzt eingrenzen kann, außer dass es ein typischer vorteilbringender Irrtum der NGO-Geschäftsführer ist, die so mehr Geld beziehen sozusagen, indem er auch glaubt, das sei unendlich wichtig, sozusagen andere Menschen zu retten in aller Welt sozusagen. Immer so dieses, ja, wir müssen die Welt retten und so weiter, spendet dafür und damit die Gehälter der Geschäftsführer der NGOs größer werden. Und leider ist Herr Sieber auch eben, ja, ihm fehlen halt mal so 30, 40 Jahre Wissenschaft und damit die Weisheit fehlt ihm, zu verstehen, dass nicht alles, was man so, was einen so infiziert an Killerviren des Geistes und parasitären Memen oder vorteilbringenden Irrtümern bestimmter Sparten, auch nur das Geringste mit der Wahrheit und der Realität zu tun hat. Und Herr Sieber spricht richtig darüber, dass es unheimlich wichtig ist, die Gegenexperten zu hören, die Experten aller anderen Seiten zu hören, aber komischerweise setzt bei ihm das Denken aus, wenn es um die nextscientistsforfuture.de geht, denn die hatten ja, ich hatte ja mit ihm fast zwei Stunden telefoniert und immer wieder wiederholt, dass wir eben zur Verfügung stehen für die Basis als Gegenexperte und als, ja, als, ja, angeblich, also Herr Sieber sagt, angeblich kann ein Mitglied einen Antrag stellen und darüber müsse dann die ganze Partei konsensieren sozusagen. Ich bin mal gespannt, ob das geschieht, denn demnächst wird irgendein Mitglied einen entsprechenden Antrag stellen, die nextscientistsforfuture als einen von mehreren dauerhaft zu nutzenden Experten zu nutzen, sozusagen externen Experten zu nutzen. Ich bin mal gespannt, ob da diese Durchlässigkeit der Partei überhaupt existiert und frage mich auch, ja, wenn eine Partei wirklich basisdemokratisch durchlässig sein will, warum es dann nicht gereicht hat, dass so viele Gespräche, die wir geführt haben, warum das dann immer wieder versickert, sozusagen, auch Professor Martin Schwab war ja auch zusammen mit mir in einer Talkshow. Warum geht das sowas nicht automatisch an die Parteibasis? Ja, die nextscientistsforfuture.de bieten sich an, als externe Experten uns zu 56 Prozent der Wahlstimmen zu verhelfen. Ja, gut, wir werden es sehen, ja, wir werden es sehen, aber bis dahin gilt halt, jetzt alle kräftig nur die Basis wählen, ja, die einzige Chance und dann wird man sehen, was nach der Wahl ist. Vielleicht müssen wir dann den Parteien nochmal eine Rundmail schicken, nämlich, dass man jetzt ja sieht, dass es ohne die nextscientistsforfuture, dass das Scheitern, wie wir immer gesagt haben, vorprogrammiert ist. Es war halt so ein bisschen, man träumte von dem großen Wahlerfolg. Ich bin mal gespannt, was der Sonntag erweisen wird, ob man auch überhaupt nur ein Wort über die Basis hören wird. Ja, vorteilbringende Irrtum oder Gleichheitsideologie, kann man das nennen, der Sozialsparten. Also, die Sozialsparten verschaffen sich ja mehr Kunden dadurch, ja, jetzt muss man sich das nochmal klar sein, da die Sozialsparten ja sagen, das sind alles Genies, alle sind Genies, dann können ja auch aus aller Welt, egal welche Leute hierher kommen, die kriegen dann Kinder und das sind ja dann alles Genies. Was aber, wenn faktisch alle die Kinder, die geboren werden, überwiegend kleine Gehirne haben und eben keine Genies sind, sondern die, die in ihren Heimatgesellschaften sozusagen gar nicht zurechtgekommen sind wegen zugleicher Gehirne und wir dadurch alle einen durchschnittlichen Intelligenzschwund in Deutschland im Durchschnitt, also die Gehirne in Deutschland immer noch viel kleiner werden, als sie jetzt schon geworden sind und dann Deutschland bald wirtschaftlich ruiniert ist und irgendwann genauso untergeht wie das Römische Reich, das sich auch nicht mehr verteidigen konnte, weil es einfach wirtschaftlich zu schwach geworden wäre, aufgrund der ganzen vielen Fehlentwicklungen innerhalb. Ja, und das bedeutet dann, also wenn hier, wie die Sozialspartler, wenn dann lauter Kinder geboren werden mit kleinen Gehirnen, das sind alles potenzielle Kunden für die Sozialspartler, denn von denen wird kaum jemand in der Lage sein, jemals in einer Hochleistungsgesellschaft wie Deutschland einen brauchbaren Arbeitsplatz zu finden und das sind alles dann neue Kunden für die Sozialspartler, die Migrationsspartler, die Asylspartler, die Parallelgesellschaftenbetreuungsspartler und so weiter und die können dann riesige Karrieren machen und der Rest der Gesellschaft geht völlig kaputt und vor die Hunde. Und es ist eben traurig, dass eben auch so eine wichtige Person wie David Claudio Sieber infiziert ist von solchen vorteilbringenden Irrtümern der Sozialspartler. Ja, aber so ist unsere Welt halt und ja, also die gefährlichste Ideologie der Menschheit ist die Gleichheitsideologie, die ganz besonders in extrem sozialstaatlichen Ländern der Erde extrem weit verbreitet ist, weil dort die Sozialsparten extrem groß sind und deswegen unheimlich viele vorteilbringende Irrtümer in die Köpfe der jeweiligen Bevölkerung hinein manipulieren, sozusagen. Ohne böse Absicht, sondern einfach die Glauben, ihre Irrtümer. Ja, und dann müssen wir sicherlich, auch wenn das wirklich zu einer krachenden Wahlniederlange kommt, müssen wir versuchen, mal im Basisforum nochmal vielleicht auch was zu schreiben. Ja, das ist der Punkt. Ja, ab Sonntag gilt es zu telefonieren, ja. Dann kurz Nachrichten weiter. Medien können manipulieren, vorteilbringende Irrtümer ausstreuen. Das beschädigt das Wohlfühlen von Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand und Wohlfühlen der Kunden. Ja, also wir haben ja vorgeschlagen, dass die Medien eben auch ganz normal wie jedes Unternehmen als Teil des Gesundheitswesens angesehen werden. Wir betrachten also auch die Medien nach der Medienreform dann auch als Teile des Gesundheitswesens, nämlich als Leute, die nur dann am meisten Verdienstzuschüsse kriegen, wenn Wohlfühlstimmen, Gesundheits- und Langlebigkeitsdaten und Wohlstandsdaten der Kunden, die häufiger ihre Medien nutzen, sich positiv entwickeln, wenn sie sich negativ entwickeln, weil die Medien zu viel manipulierende, vorteilbringende Irrtümer ausstreuen und dadurch das Leben der Kunden beschädigen, dann gibt es halt keine Verdienstzuschüsse. Wenn ich also zukünftig einen Sender einschalte oder über den Computer irgendwie einen Sender einschalte, dann gibt es dann vielleicht so technische Lösungen wie mit der Krankenversicherungseinkaufskarte in der Fernbedienung oder so oder man muss irgendeine technische Lösung finden oder man übermittelt dem Bundeswahlleiter sozusagen so eine Liste meiner Lieblingsmedien, die ich häufiger schaue und zusammen, wenn ich meine Wohlfühlstimme das nächste Mal aktualisiere und dadurch kann dann der Bundeswahlleiter eine Transparenzrangliste erstellen aller Medien sozusagen, welche Medien scheinen ihre Kunden zu einem glücklicheren, gesünderen, wohlfühligeren, längeren und wohlständigeren Leben zu verhelfen sozusagen. Ja, also, ja, die Liste der genutzten Medien, ja. Ja, generell gilt der Satz, Sie müssen sich nicht alles merken. Die Next Scientists for Future verfügen über unendlich viel Wissen über Staatssteuerung und Staatscoaching und Großunternehmenscoaching und, und, und. Das können Sie nie sich alles merken. Sie müssen sich eigentlich nur eins merken, dass der Weltrat oder die Next Scientists for Future bei jeder Reformdurchführung, egal ob in Großunternehmen oder in Staaten, immer mit dabei sein sollten. Und Sie sollten eigentlich aus allem nur das entnehmen, ja, hoppla, die haben es drauf, die verstehen was von der Sache und, äh, deswegen, äh, ja, und deswegen, aber Sie müssen sich das ja nicht alles merken. Es reicht ja, wenn wir uns das alles merken müssen, was, äh, in Weltrat und Next Scientists for Future alles an Gedanken gut vorhanden ist. Ja, ja, dann gab es noch wieder eine interessante Nachricht und eine Sendung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen über Influencer-Marketing für ungesundes Essen, also, ja, ich verstehe das auch mittlerweile so. Es ist halt so, dass tatsächlich, ähm, Influencer-Marketing eben, äh, leider gar keine Tendenz zur Aufklärung der Bevölkerung hat, sondern eher zur Schädigung der Bevölkerung, zum Beispiel durch Verführung zu ungesundem Essen und anderen ungesunden Dingen, ja, Geschäfte auf Kosten der Bevölkerung zu machen, das scheint die, die Funktion von Influencern zu sein und entsprechend auch das Influencer-Marketing, ja. Ja, aber das war's jetzt mit dieser kurzen wissenschaftlichen Tagesschau. Bin gespannt auf das Wahlergebnis. Ich hoffe, man erfährt überhaupt, was passiert ist. Tschüssi, bis bald.